Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation, dem Podcast für feine Menschen, die ein wahrhaftiges Leben in Verbundenheit und Bewusstheit kreieren wollen. Ich bin Verena König und ich freue mich sehr, dass Du Dir wieder einmal oder vielleicht auch zum ersten Mal Zeit nimmst, hier zu lauschen. Ich begrüße Dich heute zu einer weiteren Fragen-Freitag-Folge, die ich mit meiner hochgeschätzten Freundin und Kollegin Kati Kleff aufgenommen habe. In dieser Folge bewegen wir zwei Fragen von Hörerinnen, die wieder einmal sehr spannend sind. Es geht zum einen um die Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin und den vielfältigen Ebenen, die in dieser besonderen Beziehung angesprochen werden. Es geht auch in dieser Folge einmal wieder sehr um unser Bindungssystem und um wesentliche Essenzen auf dem Weg zur Trauma-Integration oder Trauma-Heilung. Im Weiteren geht es dann um die Frage, wie wir mit sehr destruktiven Anteilen, die in uns vielleicht vorhanden sind, mit Täterintrojekten, destruktiven Täteranteilen umgehen können und was helfen kann, sie nach und nach zu integrieren, sodass sie nicht mehr unseren Alltag und unsere Beziehungen so sehr belasten. Und jetzt wünschen wir dir wertvolle Inspiration und wohltuende Erkenntnisse beim Lauschen. Ein herzliches Willkommen auch zu dir, liebe Kati. Ich freue mich, dass wir gemeinsam so einen schönen Raum und so schön Zeit haben, uns den wertvollen Fragen zu widmen und bin mal wieder ganz gespannt, was aus uns beiden so rauspurzelt, hilfreiches und unterstützendes für unsere hochgeschätzten Lauscherinnen und Lauscher. Hallo, liebe Verena. Hallo, liebe Lauscherinnen und Lauscher und euch einen wunderbaren Sommer, der sich ja jetzt voll entfaltet. Mir wurde vor ein paar Tagen bewusst, dass bald schon Bundestagswahl ist. Die war für mich irgendwie gedanklich noch ein Jahr entfernt und 26. September ist gar nicht mehr so weit hin. Es geht alles schnell dieses Jahr. Time flies, wirklich verrückt. Vielen Dank für eure tollen Fragen und für euer so hilfreiches Feedback auch für uns. Also seid auch nicht zurückhaltend mit Kritik, wenn euch irgendwie was auffällt, wo ihr denkt, oh, das fand ich jetzt nicht so cool. Auch wir lernen immer noch dazu und entwickeln uns weiter und sind leider vom erleuchteten Zustand des Buddha noch ein bisschen entfernt. Und deswegen freuen wir uns immer über Feedback von euch. Wir möchten uns bedanken bei der Niki in dieser Woche, die uns aus Köln schreibt und sie behandelt ein super interessantes Thema, das wir hier an dieser Stelle noch nicht besprochen haben, was aber gerade in der persönlichen Reise, in der persönlichen Transformation total wichtig ist. Es geht nämlich um das Verhältnis zwischen Klientin, Klient und Therapeut, Therapeutin oder auch Coach. Sie schreibt, dass sie im Laufe ihres Lebens schon vier Therapien gemacht hat mit Abständen und die vierte läuft noch und sie fühlt sich bei dieser Therapeutin sehr gut aufgehoben. Sie schreibt dies sehr warmherzig und arbeitet mit EMDR, was ihr sehr hilft, aber jetzt kommt's. Der Abschied und nur zum Verständnis für euch, es geht tatsächlich um den Abschied aus jeder Therapiesitzung, nicht um den Abschied aus der Therapie an sich, wenn die beendet ist, sondern im Grunde genommen der Abschied jede Woche. Der Abschied allerdings fällt mir sehr schwer, immer wieder. Ich weiß, dass ich eine große Bedürftigkeit habe und viel Bindungshunger. Den richte ich anscheinend immer an meine Therapeutin und sonst an niemanden. Ich spüre die kindliche Sehnsucht, die in ihre Richtung geht. Mein Erwachsenes Ich möchte davon frei sein, aber das Kind in mir klammert sich an die Therapeutin und es tut äußerst weh, loslassen zu müssen. Beim Abschied kommt schnell eine Depression. Also, was die liebe Niki hier beschreibt, zuallererst einmal und wieder, wie so viele unserer Hörerinnen und Hörer, auf eine sehr reflektierte Art und Weise, ist erstmal, würde ich sagen, ein Zeichen dafür, dass es eine sehr gute Bindung gibt an die Therapeutin. Es gibt natürlich Therapierichtungen und Schulen und Sichtweisen, die sowas überhaupt nicht wünschen, die sowas eher als Fehler betrachten. Aber in der Traumatherapie ist es sehr wichtig, dass wir eine sichere Bindungsperson für unsere Klientinnen und Klienten darstellen. Für die Menschen, die zu uns kommen, um sich anzuvertrauen mit den Schatten ihrer Vergangenheit, mit den Schmerzen ihrer kindlichen Anteile und dass wir einen sicheren Raum schaffen und eine Bindungsebene anbieten als Therapeutinnen, Therapeuten oder auch traumasensible Coaches, ist essentiell wichtig für die Trauma-Heilungs- oder Trauma-Integrationsarbeit. Das vielleicht vorweg. Und natürlich birgt das gewisse in Anfangszeichen Gefahren, beziehungsweise das hat gewisse Folgen. Wenn wir uns das erstmal ganz übergeordnet anschauen, ohne jetzt schon gezielt auf Nikis Beschreibung einzugehen, dann ist es tatsächlich so, dass wir als Therapeuten, ich spreche mal aus meiner Therapeutenrolle, häufig zum ersten Mal, beziehungsweise die ersten Menschen in dem Leben unseres Klienten sind, die sicher ist. Also dass wir die erste Beziehungsebene anbieten, bei der dieser Mensch sich wohlwollend betrachtet, gesehen und sicher fühlt. Also dass wir zu einer Bindungsperson werden, auf einer ganz reinen und ganz zugewandten, herzlichen, einfachen Ebene. Ohne Bewertung, ohne Abwertung, ohne Meinung. Ja. Ja, also ohne Meinung über die Person ist natürlich wichtig, dass wir Meinungen haben oder Stellung beziehen, aber eben ohne diese persönliche, also sagen wir mal so, noch mal eins zurückgespult, wenn wir Bindungsperson sagen, wenn ich das Wort Bindungsperson nehme, muss man das vielleicht auch nochmal kurz ein bisschen aufgreifen, was das eigentlich bedeutet. Eine Bindungsperson ist für uns jemand, bei dem wir Gefühle haben von einer Bedeutung, also dass die Person für uns eine Bedeutung hat und dass wir bei ihr in uns etwas fühlen. Also der Mensch bedeutet uns was und wir fühlen uns in dieser Beziehung, in dieser Bindung auch gespiegelt, gewertschätzt, berührt, manchmal auch natürlich verletzt. Also eine Bindungsperson ist immer jemand, der uns viel bedeutet und von dem wir in gewisser Weise etwas brauchen, an dem wir gewisse Wünsche richten, willkürlich oder unwillkürlich und dem optimalerweise auch wir eine Bindungsperson sind. Also Bindung beruht im besten Falle auf Gegenseitigkeit, dann ist das ein sehr natürlicher Zustand und etwas, was sehr einfach fein sein kann. Und oft ist es so, dass die Bindungspersonen in den Leben unserer Traumatisierten, Klientinnen, Klienten oder einfach Mitmenschen eben keine sicheren Bindungspersonen waren, sondern Personen, die ambivalentes Verhalten an den Tag gelegt haben, die verletzt haben oder abwesend waren, die einfach nicht sicher waren, so im einfachen Wortsinne. Und in der Therapeutenrolle, wenn wir traumaorientiert, traumasensibel und bindungsorientiert arbeiten, dann bieten wir unseren Klientinnen und Klienten einen Raum, in dem sie sich sicher gebunden fühlen können. Natürlich hat der Therapeut oder die Therapeutin Bedeutung für den Menschen, weil jemand, der keine Bedeutung hat, wäre an der Stelle völlig fehl am Platz. Schließlich öffnet man sich, man erzählt aus dem Innersten, man erforscht Bereiche, vor denen man sich vorher fürchtete. Wie oft habe ich den Satz gehört von Menschen, das habe ich noch nie jemandem erzählt, das erzähle ich nur dir. Das weiß nicht mal mein Mann, meine Frau, wie auch immer, irgendwie ein nahestehender Mensch. Und das bedeutet, da ist ein ganz exklusives und ganz besonderes Vertrauensverhältnis und das geht nur mit einer gewissen Bindung. Andernfalls fühlt es sich wieder nicht sicher an oder nicht gut. Ich habe vor ein paar Wochen die auch von dir hochgeschätzte Michaela Huber noch was Wichtiges dazu sagen können, kurz die andere Perspektive eingenommen, dass es auch unheimlich wichtig ist, dass Therapeuten oder Coaches ihre Klientinnen und Klienten auch wirklich mögen. Dass man niemandem wirklich Unterstützung bieten kann, wenn man sich eigentlich denkt, ich mag diesen Menschen nicht, weil wir spüren das und gerade wenn Trauma im Hintergrund aktiv ist, dann ist es ja auch wieder etwas, was die Menschen erinnert und das ist überhaupt nicht hilfreich. Ja, total und es wird unterschätzt, weil also auch in der Therapeutenszene wird unterschätzt, welche Rolle Sympathie spielt und das hat nichts zu tun mit, deine Nase passt mir nicht oder ich mag den Klang deiner Stimme nicht oder irgendwas, sondern dass wir in der Lage sind, klar zu haben, auch als Therapeuten und Therapeutinnen, was in uns passiert mit diesem Menschen gegenüber und jemanden zu mögen oder jemanden nicht zu mögen, ist was total Menschliches. Therapeuten sind keine Heiligen und auch keine Erleuchteten, sondern meistens Menschen auch mit einer eigenen intensiven Geschichte und viel eigenem Weg und klar kann es auch mal sein, dass man selbst getriggert ist oder dass gewisse Themen, die ein Mensch trägt, auch in der eigenen Innenwelt Wellen erzeugen und es ist wichtig, dass eine Sympathie da ist, weil das auch wieder ganz viel mit dem Sicherheitsgefühl zu tun hat und klar kann ich mich in der Gegenwart von jemandem, der mich eigentlich nicht mag, nicht wirklich sicher fühlen, auch wenn der sich professionell verhält, auch wenn der das irgendwie gut macht und vielleicht gar keinen Anlass dazu gegeben ist, zu glauben, man würde nicht gemocht, aber natürlich ist das, wie Michaela Huber sagte, spürbar. Kaum ein Mensch ist so feinfühlig wie ein traumatisierter oder früh traumatisierter Mensch. Da sind die Antennen ganz, ganz fein ausgerichtet. Die Niki schreibt dazu, dass sie mit ihrer Therapeutin da offen drüber sprechen kann, was ja auch schon total super ist und ganz wichtig, dass sie es auch zusammen reflektieren. Und ich finde, in diesem Absatz steckt der Wunsch in ihr und auch, sage ich jetzt mal, die wahrscheinlich Ursache dieser Sehnsucht, von der sie auch schreibt, da ist unheimlich viel drin. Die Sehnsucht, die meint, wenn ich als Kind in die Familie der Therapeutin geboren worden wäre, die ist verheiratet, hat zwei Kinder, dann wäre mein Leben genauso gewesen, wie ich mir das immer gewünscht hätte. Da scheint die Lösung zu liegen, die Erfüllung all meiner Sehnsüchte, meint ein Teil von mir. Genau. Ja, also sie beschreibt wirklich ganz fein, also sie differenziert sehr fein, dass da auch eben dieses Kind in ihr ist, was klammert, was sich an die Therapeutin klammert und was ganz viel Schmerz hat, wenn es loslassen muss. Und eben auch diese Idee, das wäre die ideale Familie, schräg, schräg, so hätte ich mir eine Mutter gewünscht. Und die Niki ist sich ja bewusst, ist sich ganz bewusst, dass die Therapeutin nicht ihre Mutter ist und auch keine Mutterrolle erfüllen soll, aber ein Teil in ihr, ihr versehrtes, verletztes, vielleicht vernachlässigtes inneres Kind sieht in dieser Person genau das, worauf dieses Kind schon immer gewartet hat. Und das ist natürlich total schmerzhaft. Und gleichzeitig ist es eigentlich genau das, was in der Therapie passieren darf, dass man spürt, ach so, so können Menschen sein. So zugewandt, so liebevoll, so wertschätzend können Menschen sein. Und sie erwarten gar nichts von mir, sondern ich darf einfach sein, wie ich bin. Und das, was in mir ist, darf auch sein. Ich darf sogar meiner Therapeutin sagen, eigentlich wäre ich sozusagen am liebsten von dir geboren worden, dann wäre mein Leben nämlich gut verlaufen und eigentlich möchte ich am liebsten gar nie gehen. Es ist immer furchtbar, Abschied zu nehmen und selbst dann zu hören, ah ja, das ist ja doch interessant, das ist Teil dieser Geschichte und genau deswegen sind wir hier, um das anzuschauen und wertzuschätzen. Das ist ja ein, das ist die Chance. Also diese Chancen geben uns gute therapeutische Erfahrungen, dass wir eben merken, okay, diese Person zeigt mir, so kann ich mich fühlen in der Gegenwart eines anderen. So fühlt sich ein sicherer Mensch an. So fühlt sich jemand an, der mir nichts Böses will. Das ist eine Riesenchance, eine riesen heilsame Erfahrung und die Riesenherausforderung, dann darauf nicht sitzen zu bleiben. Also den Blick, so wie sie es ja auch tut, die Niki, den Blick so weit zu halten, dass sie spürt, es ist nicht gut, in eine Abhängigkeit zu gehen. Es ist ein Teil von mir und ich muss irgendwie lernen, da loszulassen. Und vielleicht kann man das auch nochmal so zusammenfassen, die therapeutische Beziehung ist was Besonderes. Auch das schreibt sie später in ihrem Text, dass sie sich bewusst ist, dass das eine ganz exklusive Beziehung ist. Eine Stunde die Woche ist sie nur für die Niki da und auch das erlebt man ja selten im Leben, dass jemand nur für einen da ist, ganz exklusiv. Und im Therapeuten-Klienten-Verhältnis ist es so wichtig, dass wir beide an unserem Platz sind, also dass die Rollen ganz klar verteilt sind. Die Therapeutin oder der Therapeut ist diese sichere, raumgebende und weitsichtige Person. Und die Klientin oder der Klient ist der Mensch, der in diesem Raum an sich arbeiten kann mit Unterstützung. Und so vieles, was wir in dieser Beziehung brauchen, also die Sicherheit, den Halt, dieser Weitblick, das Wohlwollen, die Reflektion, die Reflektiertheit ist genau das, was wir brauchen in jeder Beziehung, die gelingen soll. Nicht so exklusiv und nicht ausschließlich, aber das sind Urelemente von sicherer Bindung, von guter Beziehung, von dem, was wir brauchen, um zu heilen. Ja, und ich finde, es ist auch ein ganz schöner Türöffner, parallel zu dieser Erfahrung, so können Menschen sein und so kann ich mich fühlen mit jemandem in der Gegenwart. Auch da in Baby Steps ein Gefühl dafür zu entwickeln und Mitgefühl zu entwickeln für diesen inneren Kindanteil, der all das nicht bekommen hat, weil sie erwähnt auch an einer Stelle, dass ihr das noch so schwerfällt, diese innere Kindarbeit. Und vielleicht als kleine Inspiration so in der Allgemeinhaltung zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass da eine Therapeutin ist, die ihr diesen sicheren Raum bietet und nur für die Niki da ist, ist ja gleichzeitig auch die Niki ganz exklusiv in dieser einen Stunde für sich da. Ja, und bei sich, genau. Und bei sich und für diese kleinen Anteile und das ist ja auch ganz schön. Ja, und ebenso, wie du es gerade sagtest, genau das ist ein ebenso wichtiger Anteil in der Therapie, dass wir ja nicht nur in diesem Raum sind, um von jemand anderem gesehen zu werden, sondern auch, um mit uns selbst in Kontakt zu kommen. Und diese Ebene mit der drohenden Abhängigkeit oder mit diesem Bedürfnis da zu bleiben und dem Schmerz loszulassen, das ist hier quasi, und das ist ja auch glücklicherweise so, wie es Niki beschreibt, das ist hier ein Knackpunkt in der Therapie. Also das ist eine Riesenchance und etwas, was vielleicht auch nochmal so verstanden werden darf, dass im Moment die inneren Anteile oder diese kindlichen Anteile von Niki, wie sie es auch schreibt, all diesen Bindungshunger und die ganze Sehnsucht an die Therapeutin richten. Also endlich haben diese Anteile eine Adresse. Und dann ist es ja klar, dass diese Anteile sich darauf völlig ausrichten. Das ist logisch. Zutiefst menschlich, finde ich auch. Und in vielen meiner Podcasts, wo es um die Anteilarbeit geht und besonders in den Folgen, wo es darum geht, wie man sich aus toxischen Bindungen lösen kann, wir verlinken die alle in den Shownotes, da spreche ich auch davon, dass wir mit steigendem Bewusstsein immer mehr in die Verantwortung kommen, diesen Anteilen, die sich nach außen orientieren, im Inneren einer Adresse zu sein. Weil wenn wir, wenn unsere Kinder vernachlässigt wurden, also unsere inneren Kinder, wenn wir als Kind vernachlässigt wurden und wir dadurch innere Kinder in uns haben, die diesen Schmerz noch tragen, dann sind das Anteile, die immer auf der Suche sind, die immer hungrig sind, die immer im Mangel sind und die immer auch nach wie vor weiter im Außen auf der Suche sind nach dieser Nahrung, die den Hunger stillt. Und das ist naturgemäß, das ist kindlich naturgemäß, so machen das Kinder, weil sie nicht anders können. Also sie müssen die Adresse im Außen suchen, weil es da drin noch keine Adresse gibt. Es gibt noch kein stabiles inneres Selbst, was irgendwie hier diese Hüter- und Erwachsenenrolle eben übernehmen kann. Und das ist eine Aufgabe, auch in der Therapie dann zu erarbeiten, innere Anteile zu etablieren, die die Adresse sein können. Und das ist der Transfer, den quasi die Niki und ihre Therapeutin nach und nach erarbeiten werden, so gehe ich davon aus, dass sie am Beispiel der Klient, der Therapeutin, die diese bessere, die ideale Mutter quasi darstellt in Nikis Fantasie, dass sie anhand dieses Gefühls, was sie da haben kann, auch in sich einen Anteil etablieren oder bilden kann, der dann für die Kleine da sein kann. Also das jetzt mal ganz plastisch gesagt, dass die Niki quasi am Ende der Therapie sagen kann, so kleine Maus, jetzt werden wir, wir gehen jetzt gleich wieder, aber ich bin ja für dich da. Wir müssen leider der Frau Sohn so jetzt wieder Tschüss sagen. Das war wieder so schön, hat ihr wieder so gut gefallen bei ihr und so gut getan. Aber ich nehme dich jetzt mit und ich kümmere mich um dich und dann musst du nicht so traurig werden. Für jeden, für den das vielleicht merkwürdig klingt, die Vorstellung, einfach mal ausprobieren, weil es funktioniert ganz gut. Es ist eine Übungssache, finde ich, aber es ist eine ganz schöne, schöne Angelegenheit und ich finde, dass man sehr deutlich spürt in der Mail von der Niki, dass sie da echt in guten Händen ist. Ja, das ist total schön. Und liebe Niki, auch wenn die Sehnsucht, die du schreibst, noch so hartnäckig ist und auch sehr schmerzhaft, du bist schon voll dabei. Mega, ja, ganz dolle. Wir hoffen, wir konnten dir vielleicht trotzdem noch die kleine eine oder andere Inspiration on top liefern. Ja, das würde ich dir, liebe Niki, auch sehr wünschen. Und ich möchte gerne noch auf was Allgemeines eingehen, was auch durch Nikis Mail nochmal so deutlich geworden ist und was ich gerade schon aufgegriffen habe, dass wir, ja, dass unsere inneren Anteile dann immer weiter im Außen suchen und dass es uns bewusst sein darf, das ist ein sehr schmerzlicher Punkt, dass wir unsere Kindheit eben nicht nachholen können. Also dass selbst, wenn unsere inneren Kindanteile jemanden da draußen finden, der scheinbar diese Bedürfnisse stillt und befriedigt, wird das nicht im Inneren die Wirkung haben, die wir in dem Moment erhoffen, weil wir unsere Kindheit nicht wiederholen oder nachholen, nachholen, wiederholen sowieso nicht bitte, aber nicht nachholen können. Also dass wir uns bewusst sein dürfen, selbst wenn es sich so anfühlt, wird das eher, wenn wir auf dieser unbewussten Ebene bleiben und nur die inneren Anteile agieren lassen, dann wird es eher in Richtung Abhängigkeit gehen. Und dann werden wir eher nicht ebenbürtige Beziehungen führen. Und wir müssen also anerkennen, dass unsere Bedürfnisse von damals natürlich noch da sind, aber die Nahrung, die es damals schon nicht gab, die gibt es auch heute nicht. Diese exakte, explizite Nahrung, die eben von Mutter oder Vater oder Bindungsperson Nummer eins hätte kommen sollen, die wird es da draußen nicht mehr geben. Aber es gibt andere gute Nahrung. Ja, sehr gute Nahrung. Ganz leckere gute Nahrung. Und einen Großteil davon können wir auch selber zubereiten sozusagen und anpflanzen und ernten. Aber wir müssen irgendwie innerlich dahin kommen, diese Vorstellung, wir könnten etwas nachholen, die müssen wir irgendwie loslassen und dafür andere gute, ja, nicht Ersatz, sondern andere gute Wege finden. Sowas wie dieses Nachnähren, das uns klar wird oder Nachbeeltern, dass wir uns selbst etwas Gutes tun, aber dass es den Schmerz von damals oder das, was Schlimmes geschehen ist, nicht ungeschehen machen kann. Das wäre eben dieses Nachholen wollen, sondern dass es heilsamer Balsam für die Wunden von damals sein kann. Aber es ist nicht die Nahrung, die es damals gegeben hätte, sondern es ist neue, gute Nahrung, die wir auch dann eben auch als Erwachsene gut verstoffwechseln können. Sehr schön ausgedrückt, sehr schön zusammengefasst. Liebe Niki, vielen Dank für deine Nachricht. Haben wir noch Zeit für eine zweite? Ich glaube, ja, oder? Ja, wenn wir gleich. Auf jeden Fall. Die können wir gut und knackig besprechen. Eine Frage von der Silke, auch super spannendes Thema. Es geht um die sogenannten destruktiven Täteranteile. Sie schreibt, nachdem sich am Sonntag zum ersten Mal seit sehr langer Zeit der relativen Ruhe doch wieder extrem destruktive Energien in mir gelöst haben und mich zum Glück größtenteils nur verbal und nur geringfügig körperlich so richtig fertig gemacht haben. Hier meine Frage. Wie kann ich diese destruktiven Täteranteile besser integrieren bzw. optimalerweise vollends befrieden und zum Schweigen bringen? Andere Menschen würde ich niemals so hart und erbarmungslos behandeln. Doch mir selbst gegenüber passiert es ab und zu. Erstmal mag ich an der Stelle sehr gerne auf vorangegangene Podcastfolgen hinweisen, wo ich genau beschreibe und erläutere, was sind eigentlich Täterintrojekte, was sind Täterloyale Anteile, was beschreibt die Liebe hier, wenn sie sagt, da werden so innere destruktive Täterenergien wach. Also das würde ich einfach nochmal empfehlen, sich diese Podcastfolgen anzuhören, damit wir einfach jetzt so tun können, als hättest du sie schon gehört, liebe Hörerin, lieber Hörer. Also hier ist die Frage, wie kann ich mit Anteilen in mir, die mir schaden, besser umgehen? Wie kann ich sie integrieren oder auch wirklich so, sagen wir mal, sie schreibt befrieden oder zum Schweigen bringen, wie kann ich darauf einwirken, dass sie eben nicht mehr in mir destruktiv wirken? Die Frage ist ganz, ganz, ganz gut, weil das Erleben viele Menschen kennen, vielleicht noch ohne sich bewusst zu sein, dass man das auch dann Anteile nennen kann, aber viele, viele Leute kennen dieses Erleben, dass sie sich selbst schaden, obwohl sie wissen, dass es ihnen schadet. Und was ich ganz wichtig finde, wenn es darum geht, sich zu fragen, wie kann man denn solche Anteile integrieren, dass wir uns auch klar werden, was triggert diese Anteile? Also was ist eigentlich im Außen noch Repräsentant für eine Bedrohung von damals, die in mir dieses Reaktionsmuster aufruft? Das ist sehr wichtig. Also wir können zwar, oder sagen wir mal so, es sind zwei verschiedene Ansätze. Zum einen, wenn wir mit unseren inneren Anteilen arbeiten, wird es nach und nach egal, was draußen passiert, weil wir weniger triggerbar sind. Auf dem Weg dahin ist es aber wichtig, dass uns bewusst ist, was uns triggert, damit wir damit innerlich arbeiten können. Also wenn ich zum Beispiel rausfinde, so wie Silke hier ja gerade schreibt, sie hat nach einer Zeit relativer Ruhe wieder extreme Sachen in sich erlebt. Was ist vorher passiert? Genau. Das wäre hier die Frage. Was war da eigentlich los? Und was hat sich vielleicht in dieser relativen Ruhe schon angestaut? Denn bei Integration von Anteilen geht es immer darum, ihnen Sicherheit bieten zu können. Ja, also innere Anteile, vor allem die destruktiven Anteile, die werden dann aktiv, wenn sie einen Grund dafür haben. Diese Anteile werden nicht einfach nur aktiv, um uns fertig zu machen oder weil sie halt so sind, sondern das hat immer einen Grund, den wir erkennen müssen, damit wir diesen Anteilen beibringen können, damit wir sie unterrichten können, dass diese Gründe heute nicht mehr die gleichen sind wie damals oder nicht mehr gelten. Genau. Und dass dieser Grund vielleicht im Außen liegen kann, aber der Grund für den Grund nicht das Außen ist. Das wurde sehr schön ausgedrückt. Damit man nicht in so eine Vermeidungsstrategie geht, oder? Weil es geht ja darum, die Trigger auch zu transformieren und ein Gefühl für die Trigger zu bekommen und sich nicht in eine Hütte im Wald zu setzen für den Rest seines Lebens, wo man durch nichts mehr getriggert wird. Also kann man machen, aber ich glaube… Machen auch manche Leute. Genau. Ja. Richtig, ja. Und wenn es läuft, wie sie beschreibt, destruktive Täteranteile, also wenn Verhaltensweisen dann auftauchen, Muster auftauchen, die destruktiv sind, die einen fertig machen, die einfach ganz schmerzhaft sind, dann haben diese Anteile oder diese Muster, diese Reaktionsmuster ja ursprünglich einen Sinn. Das, wie eben schon gesagt, die haben nicht den Sinn, uns zu zerstören, sondern auch das scheinbar Zerstörerische ist ursprünglich zur Rettung eingesetzt, zum Bewahren, zum Helfen. Und darüber müssen wir uns klar werden, damit wir diesen Anteilen so begegnen können, dass wir sie überhaupt integrieren können. Ich weiß nicht, ob das irgendwie klar wird oder ob ich hier jetzt gerade zu abstrakt spreche, weil ich so viel voraussetze, aber vielleicht kannst du nochmal nachhaken. Also ich weiß, was du meinst, aber vielleicht, wenn man sich das vorstellt, bei mir kommt jetzt immer wieder dieses Wort des Loswerdens. Man will die ja so gerne loswerden. Und ich glaube, das erklärt ganz gut, warum man sie nicht loswerden kann, weil, und sie ehrlich gesagt, nach meiner Erfahrung eher immer hartnäckiger und immer lauter werden, weil das ist genauso, als wenn man einen Wachmann vor der Tür stehen hat, der der Meinung ist, vor deinem Haus steht ein Rudel Wölfe und du siehst es aber nicht auf deiner kognitiven Ebene und willst den Wachmann in Feierabend schicken und der sagt, nee, 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 da sind Wölfe, bist du bescheuert und ich gehe hier auf keinen Fall weg. Und wenn man aber dem Wachmann sagt, weißt du was, du machst hier einen super Job, aber schau doch mal genau hin, das sind gar keine Wölfe, das sind nur Eichhörnchen. Magst du mal reinkommen, wir trinken einen Tee zusammen, hock dich mal hin. Ich glaube, dann wird einem das so ein bisschen bewusster, warum die agieren, wie sie agieren und warum man sie nicht loswerden will. Nicht loswerden wollen sollte und es ohnehin vergebene Liebesmühe ist. Ja, das hast du super schön in ein Bild gepackt, weil in dem Bild sehr deutlich wird, dass diese Anteile oft Wächterfunktionen haben und Schutzfunktionen, dazu auch wie gesagt in den anderen Folgen mehr. Wichtig bei Integration ist es ja im Grunde immer, dass wir diesen Anteilen, die wir integrieren wollen, tatsächlich den Platz geben. Integration bedeutet ja nach innen holen und diese Anteile werden uns ja vor allem dann bewusst, wenn sie eben so agieren, wie es Silke beschreibt, also dass die im Grunde die ganze Zeit im Stummen vor sich hin warten, dann kommt irgendwann der Trigger und dann werden die aktiv. Und Integration bedeutet eben nicht nur dann mit diesen Anteilen in Kontakt zu sein, wenn sie aktiv sind und so destruktiv umherwirken, sondern auch dazwischen, auch in der Zeit, wo sie eben nicht veranlasst, sich veranlasst fühlen, aktiv zu sein. Das ist quasi die therapeutische Arbeit, also Täter, Introjekte, Integration ist eine tiefe therapeutische Arbeit. Und wir haben häufiger die Idee, dass wir mit solchen Anteilen dann arbeiten, wenn sie aktiv sind und das ist richtig schwer. Ja. Genau. Und es ist leichter mit ihnen zu arbeiten, wenn sie nicht getriggert sind, also wenn sie nicht ihren Job gerade machen, sondern wenn sie sozusagen ein Stand-by sind. Die sind ja trotzdem da als neuronale Netzwerke, als Anteile in uns und dann sich hinzuwenden und zum Beispiel sich dafür zu interessieren, was ist das eigentlich, was du als Bedrohung siehst in diesem jetzigen Leben. Welcher Mensch, welche Worte, welche Handlungen, welche Umfelder, welche Situationen. Denn wie vorhin schon angedeutet, es ist so wichtig, dass wir auch Integration verstehen als ein Lernprozess. Also damit diese Anteile diesen Platz, diesen guten Platz bekommen, müssen wir lernen, dass sie nicht gegen uns sind, sondern im Grunde für uns. Und diese Anteile müssen lernen, dass sie heute nicht mehr den Job von früher machen müssen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, dass wir ihnen zumindest zuhören. Unbedingt. Wir müssen ja nicht das tun, was sie sagen, aber aus meiner Erfahrung hilft manchmal so eine Haltung, so ein kurzer Blick nach innen. Danke für den total wertvollen Hinweis. Und wenn es nur ist, also ich glaube, eine innere Abwertung, die jede Frau vermutlich kennt, du hast es schon wieder zugenommen oder hast du einen dicken Hintern. So, das ist ja so ein Klassiker eigentlich. So kurz die innere Haltung anzunehmen und zu sagen, danke für deinen Hinweis, ich kriege das schon hin. Ich weiß, du willst mir gar nichts Böses, passt schon. Ja, genau. Das ist quasi so ein wunderbares Beispiel für den alltäglichen Kontakt mit solchen Anteilen, weil sie es schon häufiger auch mal reinzischen und sich einmischen. Und wir neigen dann ja auch wieder dazu, uns für diese Gedanken wiederum fertig zu machen. Warum bin ich so zu mir? Auch das schreibt ja Silke so eindringlich, dass sie andere Menschen niemals so hart und erbarmungslos behandeln würde. Und es ist wichtig, sich dafür wiederum nicht zu verurteilen, sondern wahrzunehmen, okay, wie gesagt vorhin, rauszufinden, warum, zu welchem Zweck machen das diese Anteile und dann, wie du es eben gesagt hast, sie zur Kenntnis zu nehmen, ihre Botschaft zu hören und ihr aber nicht mehr zu folgen. Weil ich so gerne mit Bildern arbeite und mir das auch unheimlich geholfen hat bei Täterintrojekten oder Täterloyalen oder Täterimitierenden Anteilen. Ich habe mir die als grantige Comicfiguren vorgestellt. So eine grumpy Katze, die mit so einer Augenklappe, die die ganze Zeit in die Nachbarschaft trabäbert und nur motzt und dann habe ich noch so einen Affen und ich finde auch, also ich finde sowieso bei der Anteilearbeit, dass Visualisierung häufig sehr hilfreich sein kann, sich einfach vorzustellen, okay, wer sagt das, was sagt diese Stimme und wie würde sie aussehen, wenn sie jetzt neben mir stehen würde? Das finde ich total hilfreich und das hat das Ganze, ich weiß nicht, warum ich Comicfiguren gewählt habe. Ich glaube, es hat es einfach ein bisschen weniger bedrohlich gemacht und vielleicht auch eine kleine Inspiration für die Silke. Allein die Bewusstmachung ist ja schon so ein Riesenschritt im Prozess. Also dass sie merkt, da sind destruktive Anteile, die machen mich rund, heißt ja schon, dass sie sich damit in dem Moment zumindest nicht mehr damit so identifiziert, dass die komplett das Ruder übernehmen. Absolut. Sie spürt es und das ist ja total super. Das ist die, wie auch schon, ich glaube, in unserer letzten Fragen-Freitag-Folge, das ist die halbe Miete. Ja. Ja, dass dieses Bewusstsein und dass wir wahrnehmen, wir sind nicht diese Anteile, sie sind Teil von uns und nicht wir sind diese Anteile und dass diese beobachtende Instanz, diese wahrnehmende Instanz in uns mehr Raum bekommt, das ist ein Riesenerfolg. Also daran sieht man auch, kann man sehr gut ablesen, dass Silke nicht gestern angefangen hat, sich zuzuwenden und dass sie das mit einem großen Erfolg tut. Und deswegen würde ich auch sagen, weiter so, liebe Silke. Vielleicht gibt es da Inspiration auch nochmal mit den Fragen nach dem Trigger und den Fragen, was diese Anteile eigentlich für eine Schutzfunktion erfüllen wollen. Und wenn dir das alles schon sehr klar ist, dann würde einfach anstehen, mit ihnen mehr in Kontakt zu sein und vor allem auch dann, wenn sie nicht aktiv sind, in diesen Zeiten der relativen Ruhe, wie die Silke es genannt hat. Silke, vielen Dank für deine Frage und bis in zwei Wochen. Danke dir auch, liebe Silke von Herzen und danke dir, liebe Kathi, bis in zwei Wochen. Tschüss. Ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge gefallen hat und du viel Wertvolles für dich daraus mitnehmen kannst. Ich möchte dich zum Abschluss noch einmal ganz herzlich einladen, den kostenlosen Probemonat in meinem Membership-Bereich gemeinsam heilsam verbunden zu nutzen. Noch den ganzen Juli über kannst du kostenfrei die Inhalte genießen, dich umschauen und reinschnuppern, Aufzeichnungen anschauen aus dem, was bisher in diesem Monat schon gelaufen ist oder auch kostenfrei an den noch ausstehenden Live-Terminen teilnehmen. Ich freue mich von Herzen, wenn du dabei sein möchtest, denn es ist mir ein großes Anliegen, einen Raum zu schaffen, der ein Safe Place für das Herz und für das Nervensystem sein kann. Einen Ort, an dem wir gemeinsam wachsen können, an dem wir uns unterstützen können und an dem ich einfach mein Wissen und das, was ich bisher gelernt und erfahren habe, weitergeben kann, nicht nur punktuell, sondern monatlich, wiederkehrend, regelmäßig in Gemeinsamkeit heilsam verbunden. Alle Infos zu Gemeinsam heilsam verbunden findest du in den Shownotes. Schau gerne einmal auf Kathis Webseite oder in ihrem Instagram-Profil vorbei. Dort findest du schöne, frische und herzliche Energie und ihre feinen Angebote. Auf meiner Webseite findest du neben meinen Kursen und der Weiterbildung in neurosystemischer Integration und den Infos zum Membership-Bereich auch jede Menge kostenlose Geschenke. Schau einfach mal vorbei in dem kostenlosen Membership-Bereich und genieße die zahlreichen Meditationen, Audiokurse, Webinar-Mitschnitte und alles Mögliche, was dort auf dich wartet. Wenn du möchtest, schau auch so gerne einmal auf meiner Transformationsinsel der geschlossenen Facebook-Gruppe vorbei, wo du dich mit anderen feinen Menschen austauschen kannst. Ich danke dir sehr für dein Lauschen. Es freut mich von Herzen, dass wir verbunden sind und ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald. Tschüss.